. 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 Ja, das ist so wild. Wenn man keinen Subaru filmt, weiß ich doch nicht. Nur ein Ebenbild da vorne auf dem Spiegel. Ist dein Ebenbild da vorne auf dem Spiegel? Einfach weil der Spiegel ist, glaube ich. Der hat ja volle Hütte. Eingebaute Vorfahrt, der Mercedes. Das haben wir auch bis zum Abkotzen gemacht. Oh, das war es. Das ist das.